So, willkommen zu einem neuen Höhlenabenteuer. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Der Wasserfall ist zu laut. Ich weiß nicht, ob man sich den Höhlen einst. Wow! Ich ziehe die Höhlen. das sieht aus als könnte es nass werden auf jeden fall gummi stiefel habe ich an allerdings wird mein hintern wahrscheinlich auch nass und da ist kein neopren drunter oder sonst was jetzt mal die spinnen wegkotzen das geht nicht anders unter mir ist ganz viel wasser egal es ist warm draußen jetzt ist mir wasser deswegen gummi stiefel gelaufen ach die scheiße ach die scheiße alter teilweise sieht ja hammermäßig aus was man hier vor allem sieht ist der truffstein der gewachsene fels aber da hängt auch schon eine dicke sinterschicht drüber für mich sieht einfach richtig genial aus hier steige ich gerade ein wasserfall ein unterirdischer wasserfall der gleichzeitig ein hinterfall ist so was habe ich noch nicht gesehen und weiter geht's das würde ich mal sagen ganz kaltig hier 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 Das war's. Phänovenal. Ich weiß nicht, ob man hört, dass ich begeistert bin. Aber ich bin begeistert. Das ist ja auch Hammer. Hier sind die Strecke, die von langer Zeit reingeschwemmt wurden. Die sind komplett mit, ja, versüntert. Versteinert. Verste 앞, ich habe hier wieder geholt. Once die Steine hochregen. ich bin gerade echt geflasht ich stehe hier im Regen ich bin hier in einer ich kann hier wieder stehen in einer unter in einer Wasserfallhöhe hier kann ich komplett versintern und kann hier unter dem Wasserfall durchschauen scheiße oh mein Gott oh mein Gott oh 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 mit Strahlenabhängen, weil der zu nass geworden ist Scheiße Wir sind hin und weg hin und weg Kaffee 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 Kaffee